also das zeichnen hat schon bessere tage gesehen ersetzen wir jetzt durch china import ware für 5 euro wir brauchen klebstoff restentferner, bremsreiniger, wenn es mal abgegangen ist etwas zahnseite oder ähnliche schnur wir biegen es mal so weit wie möglich weg und merken aber der kleber hält ziemlich stark nein gehen nicht weg das neue hat drei knuppel keine ahnung ob das alte auch drei knuppel hat jetzt schneiden wir uns mal durch einmal rund um wir sehen es waren nur kleine klebeflächen das neue ist komplett verklebt aber hat diese boppel an anderen stellen entweder weil es die chinesen einfach so hingemacht haben oder weil es nur noch nicht auch eine ziemliche auspuppung ist da die brauchen wir für diesen knuppel also passt das schon mal die überflüssigen boppel zwicken wir ab und mit der auspuchtung soll es dann passen ja er schaut bündig aus dann können wir es auch schon verkleben nachdem die unterfläche gereinigt wurde und wenn es passt fest drücken aber meine oma magischer moment ich fühle schön fertig traumhaft 5 euro 15 minuten arbeit wie neu viel spaß beim basteln Vielen Dank.